Erleben Sie zwei gefeierte Kurzfilme vom Großmeister Pedro Almodovar. Strange Way of Life mit Pedro Pascal und Ethan Hawke. Was fangen zwei Männer auf einer Range miteinander an? Und The Human Voice mit Tilda Swinton. Erleben Sie beide Filme in einer Vorstellung. Almodovar Shorts. Nur im Kino. Untertitelung des ZDF, 2020